Gerstensuppe, Würst, Brot, Senf, alles was das Herz begehrt. Jetzt ist Heidi im Zielschuss. Hopp Heidi, hopp hopp! Sehr gut, sie hat noch Zeit zum Winken. Und noch eine Kurve an Heidi. Bravo! Gut gemacht. Die nächste Fahrerin ist Martina Niemhof auf Strilz. Jetzt geh ich schnell den Eindruck von Heidi an. Sie bilden wir gleich ab. Aber nicht ist. Gut. Du hast noch Zeit zum Winken. Es gab spezielle Freunde auf dieser Seite. Super, danke Heidi. Martina ist unterwegs. Stimmt nicht da. Moment schnell. Möbel in Rennhof Maria. Möbel in Rennhof Heee! Heee! Er ist mit den Kanten abgasst. He, möchtest du einen Kaufmanns-Auf? Jetzt kommen wir alle hin. Das ist die Änderung. Wir haben das Wasserfahrt mit dem Zugsetzen und haben ihn reingeschoben vor der Makine. Sie ist unterwegs. Sie sind 17 Sekunden. Wir sind 10 Stunden vor der Piste. Der Töntgen ist ein kleiner Piste. Sie kommen noch zu den kleinen Klauen. Die Kameraläder aus dem Stein. Sie haben das erste Mal gehört. Sie sind unterwegs. Sie sind unterwegs. Sie sind unterwegs. Und jetzt auf die Suche, die Startnummer hier an. Sie gehen wieder an, wir müssen die Maschurz, die gescheite Kategorie zu starten. Wir müssen auslösen auf die Maschurz, die von Fahrerinnen dürfen fahren. So damit ist das Segen unterwegs, hop hop, ein zweiter Tor. Super Xenia, bravo! Als sie ist gefilmt worden, ich werde zacken. Ich möchte sie sich freuen, wenn sie das kann rausnehmen. Genau. Die höchste Fahrer wird mit Nummer 52. In diesem Fall Martina im Hof. Und jetzt sind wir wieder geplant. Martina im Hof aus Mastrilz ist gestartet. Sie sind in wenigen Sekunden unterwegs. Die Verhältnisse sind für alle Fahrer momentan. Mastrilz ist ja immer Sonne. Das sind zwei. Von daher werden die Verhältnisse anders. Da werden wir siff durchkommen. Und Martina will von diesen wunderbaren Verhältnissen noch profitieren. Jawohl! ... Vielen Dank.